So, 1. Mai und ich stürze mich heute in mein Triablon-Abenteuer. Das heißt, hier am Jägerberg runterfliegen, rüber nach Lasan laufen, runterfliegen, rüber zum Jensig laufen, runterfliegen. Ja, und das ist jetzt Teil 1. So, los geht's. Wir haben Null Wind und deswegen machen wir mal wieder einen Vorwärtsstart. Ein Glück habe ich das gestern geübt, als ich in Niederwilling war, an der Winde. So, mal gucken. Null Wind, ein Wahnsinn. Da warten wir mal noch einen Moment, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Aber viel besser wird es wahrscheinlich nicht werden. Wie gesagt, da ist nicht viel angesagt, aber scheiß drauf. So, los geht's. So, es, los geht's. So, was ich? So, was ich schon mal? So, war ich richtig. So, was ich dann auch ein paar statueigen und diese integer sind. So, was ich schon mal. So, das war es einfach. So, das war es nicht nur so. So, was ich denn auch? So, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. so das ist praktisch Nummer 1 Juhu den ersten haben wir im Sack dann muss ich jetzt ein bisschen laufen so Nummer 1 Na da das war schon anstrengend so nur Vielen Dank. So, Teil 2 von meinem Triathlon. Ich bin jetzt in La Sane. Wir haben ein bisschen Südostwind, deswegen bin ich nicht darüber gegangen, sondern hier. Und der Hacker schult unten. Und wie gesagt, also Abgleiter machen, Zeug zusammenpacken. Und dann geht es zum Jensig für den dritten Teil. Haha. So, zweiter Flug. Nachdem ich jetzt, keine Ahnung, ein bisschen was über eine Stunde nach La Sane gelaufen bin. Ähm, denke ich, werde ich mal gucken, ob ich jetzt hier meinen Abgleiter machen kann. Das sollte eigentlich alles funktionieren. Ops, da haben wir noch die Leine richtig machen. Ist ja auch gut. Ähm, tja. Und dann laufe ich nach La Sane. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier komme. Mal schauen. Viel Spaß beim Fliegen. So, bitte. Ha 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 ha! So, das war Nummer zwei. Eins Spaß. Uns ist so ausgegangen, wie ich wollte. Von da vorne über Lausanne bis hierher. Jetzt muss ich nicht mehr so hoch und so weit gehen. Coole Sache. Bis gleich. Also Jägerberg ist erledigt. Lausanne ist erledigt. Bin jetzt zum Jensig gelaufen. Treffe hier noch ein Haufen andere Verrückte, die alle demselben Hobby frühen. Alle dieselben Patienten. Na ja, jetzt mache ich noch meinen dritten und dann gucke ich mal, was ich weiter mache. Vielleicht heimgehen oder vielleicht noch mal zum Jägerberg. Mal schauen. Also bis dann. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfach schön! Oh ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020